T-Systems ist Teil der Deutschen Telekom und ein Tochterunternehmen der T-Systems International. Wir helfen Unternehmen in ihren Digitalisierungsvorhaben, sei es jetzt im Public-Bereich, im Health-Bereich, im Automotive-Bereich, auch zu Themen wie Cloud, neue Trends. Unser Team ist sehr divers, das bedeutet, wir sind sowohl, was das Alte betrifft, sehr gut durchmischt, als auch, was unsere Nationalitäten betrifft, sehr gut durchmischt. Wenn ich an T-Systems denke, dann finde ich, steht die Firma vor allem für ein unglaublich gutes Unternehmensumfeld und wir halten alle total zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017